Tag der Auftaktpräsentation. Seit einer knappen Woche werden die Auktionspferde vom Team des Hannoveraner Verbandes betreut und trainiert. Heute präsentieren sich die Pferde unter turnierähnlichen Bedingungen den Interessenten. Stressfreie Atmosphäre ist Auktionsleiter Jörg Wilhelm Wegener dabei besonders wichtig. Dadurch, dass wir in der Halle auch immer unser tägliches Training absolvieren, hat das mit Stress für die Pferde gar nichts zu tun, sondern es ist einfach für die wieder so, ja es geht gleich los, also wie, dass sie sich darauf freuen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Pferde entweder von den Pflegern schon ein wenig Schritt geführt werden, dann kommt der Assistenzreiter oder der einzelne Reiter, der das Pferd präsentiert und die wärmen die Pferde letztendlich auf. In der Regel sage ich jetzt einfach mal zwischen 8 bis 15 Minuten. Das sind immer so Intervalle, die die letztendlich reiten, auf das Pferd abgestimmt. Dann sage ich mal zu Strohn, unser Bundestrainer, der kontrolliert das und überwacht das, dass das so ein bisschen eine Dynamik hat und dann geht es rein in die Präsentation und die dauert in der Regel ja 3 bis 5 Minuten, je nachdem. In den Stallungen sorgen die Pferdepfleger täglich für einen glänzenden Auftritt und werden während der Auktionszeit zur Bezugsperson für die Pferde. Mit viel Liebe und Pferdeverstand werden die Pferde in dieser für sie ungewohnten Umgebung betreut. Eine von ihnen ist Manuela Reiche. Also wir versuchen das wirklich so angenehm wie möglich zu machen. Wir haben diesmal alle eine Fensterbox hier von mir, habe ich Glück gehabt, weil von der Zahl hat es gepasst. Ja und wir versuchen halt sehr ruhig umzugehen. Alles ein bisschen entspannt. Und dann ist es auch einfach im Handling und ich glaube diesmal fühlen sich richtig wohl hier. Passt gut. Bevor es in die Auktionshalle geht, werden die Pferde aufgewärmt. Nach nur einer knappen Woche ein Team mit seinen Auktionspferden zu werden, ist die besondere Herausforderung der Bereiter. Als Unterstützung geben die Kundenberater und Trainer Tipps und Anweisungen von unten. Daniel Fritz, Kundenberater der Dressurpferde, war selbst langer Auktionsreiter. Mit seiner Erfahrung hilft er den Bereitern beim täglichen Training. Das besondere ist in dem Moment sich schnell auf die Pferde einzustellen und auf die Reiter. Die Reiter kennen die Pferde in dem Moment ja auch noch nicht so richtig. Und sich da halt kurz auf die Pferde einzustellen oder schnell das Gefühl für das Pferd zu entwickeln, was ich jetzt sagen muss, wie ich dem Reiter jetzt helfen kann. Unter den Zuschauern kann man beobachten, wie viele Notizen gemacht werden und Augen anfangen zu glänzen. Wer nicht live vor Ort sein kann, erhält durch Videos und Live-Übertragung durch die Kunstwerk-Videoproduktion trotzdem Einblick in das Training. Ja, diese Präsentation heute, das ist die samstags, die Auftaktpräsentation. Dieses wird archiviert und wird ab Dienstag im Internet unter www.hannoveraner.com kann man das immer wieder aufrufen und nachgucken. Die Mittwochs-Präsentation und freitags sowie samstags, die werden im Internet dargestellt und das ist auch wieder auf der Internetsseite dann zu filmen. Das klingt gut, sieht gut aus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020